Hallo und herzlich willkommen auf dem KfL 21.04.79.2022, schön dass du dabei bist. Lotte Schmarsch mit der Hardie, willkommen. 9000 Liter, geiles Ding. Lotte Schmarsch mit der Hardie in deineren Reaktion. Ich bin einfach in der Hand überrechnen, wenn du gibst. Es ist nicht einfach, wenn du noch meine Hände und keinen Zeitpunkt erinnert, wenn du dich in der Umfrage sie kannst. Und ich sie bin festgelegt und ich habe mich über dich, Das ist mein Herz mit der Hände zu wissen. Super, es geht weiter. Was macht ihr jetzt? Das ist einfach schon ein bisschen. Ich bin jetzt 20 hier glaube ich. Ich kriege es irgendwann nochmal hin. So, der ist 20. Ich war da. Und da, so mal. Ah. Schau mal da. Mal gucken, weil das geht. Ich bin jetzt einfach wegwerfen. Das wird eigentlich nicht passieren. Ich glaube, die Montage nicht. Dankeschön. Soll ich das gleich zu halten? Ich hab das gleich zu halten. Soll ich das gleich zu halten? Ich bin hier. Ich bin gerade stehen. 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 Ich bin gerade. Ich bin gerade stehen. 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 Ich bin gerade stehen.